Mit dem ersten Conny macht sie es dann am ersten Tag des Monats, mit dem zweiten am zweiten Tag des Monats und so weiter. Und wenn noch ein paar Tage Rest da sind, dann sucht sich halt dann nochmal die aus, die am besten im Monat waren. Keine Ahnung, ich will es doch ehrlich gesagt nicht wissen. Ich verstehe auch nicht, wie man diese Dinge süß findet. Will ich mir eine Rüstung holen? Ja, ich möchte es auch schon mal. Sonst verrecke ich jetzt gleich im Elfen-Teuch. Ich verrecke. Kees, gehst schnell dahin. Lauf, wo ist der Lauf? Oh, Blume. Scheiße. Was macht Dieter? Du sollst nicht tanzen, du sollst kämpfen. Cha-Cha-Cha kannst du auch einen Tanzkurs lernen, mein Gott. Dich, da in denaurاء, ich hab meinen Geistern geist. Uui. secrez hin, tot. externally болt. הכbe. Es ist jetzt einfach und erledigt. Na ja, sie sind ja schon mal süß, aber... Grogue-Palt und die nur am grösesten. Ich hab's nicht gesehen. Der ist ja schon ganz blöd. Der ist ja schon ganz blond. Um Elfenteich gibt es viele Monster! Oh Gott, dann hat die Flut ein Kobold-Mädchen angeschwert! Insider-Info So, verheben So, das ist jetzt nicht der Elfenteich, wo wir hin müssen Das ist jetzt das Hexenwäldchen, wo man dann hin möchte ABER Ich erledige erst erstmal was Damit ich in aller Ruhe nachher zu den Swergen latschen kann Und du stirb! Du Bogenrette oder wie immer dein Name ist Und guck mich so entsetzt Jetzt wüsstest du nicht, dass du jeden Moment stirbst Oh komm da raus du! Ja... Deswegen... Ich musste schon mal das ganze Spiel resetten Weil diese dämlichen NPCs einfach so mal hängen geblieben sind Wirklich, ich kam da an einer Stelle nicht mehr raus Ich kann sie ja mal zeigen, weil da sind Es ist aber gegen Ende des Spiels Ich dreisch wurden nicht gespeichert Und dann müssen wir resetten Weil die da so ne Scheiße bauen Das regt doch auf! Das ist doch... Das ist doch nur, weil die hängen geblieben sind Das machen die öfter Hätten die sich nicht so einstellen können Was nirgends gegenlaufen hat wär Ich geb's auf Weil... Das Durre ist... Es gibt so ne bestimmte... Begrenzung, weil... Es ist wie ne Leine, so ne unsichtbare Leine Wenn sie hinten sind, kann man an bestimmten... ...Ding da nicht mehr gehen Also... Auch in einer bestimmten Fährendung kann man da halt nicht mehr weiter gehen Muss auf den... Auf den Partner warten! Und Raffi, der Wukwakata Blüde ich was von dir? Nein! Ruf dich nicht! Du bist mir zu teuer! Wieder Milka-Katze Ich mag Köpfen... Aber nicht diese Katze Tot Sein Name ist Sweeney Sweeney Tot So... Da... Jetzt... Los... Reden... Hier brauchen wir eine Axt Im Zwergendorf... Beim Zwer... Beim Elfenteich soll es einen Schmied geben Vielleicht hat er eine neue Waffe für uns Wir sollten ihn einmal besuchen Jaaa... Jetzt kommt Frau... Wichtig... Tu also nämlich mit Sonst wäre sie nämlich abgehauen Nein! Ich muss Hagen finden! Bla 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 Boah Mädel! Ledjon! Thank you very much! Arigato! So jetzt kämpf mit! Wir sind verbunden! Dankeschön! Ja Wahnsinn! Die hört auf mich! Barbie! Das ist auch so eine Parasite Kann das sein? Genau wie mein Computer! Apropos Computer... Jaaa... Irgendwie... Spinnen alle meine Videos Ich weiß nicht wie das passiert Echt nicht Dass der... Dass der Ton da immer hinterher spinnt Keine Ahnung... Ich hab nicht so viel Ahnung Von Computern Hauptsache nur von Spiegel und Konsolen Das macht mich Depri Final-Rechtable 5 Kiste! Ähm... Ich sollte die Kiste aber nicht anfassen Das ist nämlich gefährlich V... Ja was sag ich? Na 9 geht aber noch Komm! Ledjon! Ich habe mir überlegt Dass ich gleich jetzt nochmal aufhören werde Dass ich alle Ruhe schneiden werde Damit... Das mit dem Ton nicht nochmal passiert Weil das ist doch extrem ätzend Dass das so ist Wer ist das das? Was? Das ist immer irgendwann... Ab den zweiten... Clips Wow! Ich bin tot! Holy shit! Scheiße! Weg hier! Oh nein! Leute! Es ist schlecht! Es ist sehr schlecht! Hm... Shit und jetzt? Scheiße! Scheiße! Oh mein Gott! Ich hab Angst! Ja! Das ist meine Hand für Blond-Team-Legend! Haha! Kanoni! Tschüss Kanoni! Kanoni! Hilf mir Kanoni! Kanoni! Reicht von mir! Ich konzentriere über einige Spenzen! Oh nein! Ihr seid so alle so Wichser! Ich schwör! Hab ich denn schwör gesagt? Dieses Spiel macht mich kaputt! Definitiv! Wie kann ich so was sagen? Ich will die Kurve! Alles wegen dir! Nein! Ich will nicht kämpfen! Nein! Hört alle ab! Ich mag euch leider nicht! Ist mir alle nie pathisch! Start! Ich will nicht start! Ich will nicht start! Ich start! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! 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 Ich will nicht schlafen! Rainer! Das ist peinlich! Das ist peinlich! Wenn die Machtkoste zählen, willst du bleiben? Ja! Holla! Holla! Die Waldfelen sind gerettet! Wir leben noch! Die Spenzer können nicht schlafen! Das lernen wir aus diesem Spiel! Und er lebt wieder! Genau! Ja, komm! So, darf ich jetzt wieder den Jungen spielen? Ich will den Jungen spielen! Hallo? Ah nein! Ich will den Jungen spielen! Ich will den Jungen spielen! Okay, da haben wir denn den Jungen spielen! So, äh... Ja, ich regle das erstmal so, dass ich den Jungen spielen kann! Ich mach hier nochmal einen Schnitt! In der Hoffnung, dass das Audio, also der Ton, nicht hinterher schnitt! also... fern wir gleich weiter ok ich will nur was aufs Auto